HAPPY HALLOWEEN mit K-Man und Maxi! Und wir werden heute Michael Meyers aus Halloween um 3... Ihr wisst, wer an Halloween immer kommt. Michael Meyers! Alle Horrorgestalten werden heute da sein und wir werden sie mit der Drohne überwachen. Michael Meyers, ich hab jetzt schon richtig Angst. Happy Halloween! Hier, lasst mal ein fetten Like da und schreibt Halloween in die Kommentare, oder hallo? Und schreibt in die Kommentare, als was verkleidest du dich an Halloween? Dein Kostüm in die Kommentare. Lasst uns keine Zweifel, ihr lasst einen Like da und wir starten die Drohne hin. 3, 2, 1... Bist du dir ganz sicher, Flexi, dass du zu Michael Meyers allein nach Hause willst? Bist du dir ganz sicher? Okay, Freunde, ihr habt es gehört. Flexi will jetzt alleine zu Michael Meyers ins Haus gehen. Und ihr seht es, vor uns ist das Haus. Wir werden es überwachen, während Flexi jetzt zu Michael Meyers nach Hause gehen wird. In dieses Haus. Ich kann es nicht glauben. Guckt euch dieses verlassenen Haus an. Was geht ab? Alter, das Haus sieht so bruselig aus. Und ihr müsst euch vorstellen, Flexi geht jetzt gerade zu diesem Haus und wir müssen uns überwachen. Oh mein Gott, seht ihr es? In diesem... Alter, in diesem Dach ist ein Loch. In diesem Schornstein findet ihr ein Loch. Wir fliegen jetzt einfach hin und würden sagen, Alter. Hoffentlich können wir da irgendwas entdecken. Vielleicht entdecken wir da ja noch irgendwas, irgendjemanden während... Okay. Seht ihr was, Freunde? Ich sehe auf gar keinen Fall was. Das ist ein schwarzes Loch in diesem verlassenen Haus, aber das ist keine Person. Angeblich befindet sich Michael Meyers in diesem Haus. Wie ihr wisst es ja, am 31.10. Am Oktober kommt Michael Meyers zu Halloween in dieses Haus. Und da soll wirklich Michael Meyers gelebt haben. Oder erlebt er immer noch? Ich weiß es nicht. Deswegen werden wir jetzt mit euch umfliegen. Flexi befindet sich auf jeden Fall auf dem Weg dahin. Flexi will nämlich mit euch da irgendwie in das Haus eindringen. Aber krass. Guckt euch das an. Es ist ein rotes Backsteinhaus. Da ist keine Person. Da kann gar keiner leben. Dieses Dach, dieses Haus ist vor 50 Jahren verlassen worden. Weit und breit keiner leben. Schaut euch mal. Krass. Die Fenster sind verbarrikadiert. Hier links und rechts keiner. Hier ist niemand. Da fährt ein einziges Auto. Krass. Guckt euch das euch an. Das ist ein Haus mitten in der Pampa. Keine Person wohnt hier in der Nähe. Ihr seht diesen Baum. Ich flieg mal weiter. Ich flieg mal drum rum. Alter, ist das ein heftig verlassenes Haus. Es steht komplett auf einem Feld. Kein Haus weit und breit. Niemand wohnt hier. Es kann keiner hier wohnen. Aber dieses verlassenes Haus. Angeblich befindet sich Michael Meyers in diesem Haus. Und wir werden versuchen mit euch jetzt da. Krass. Rein zu fliegen. Schaut es sich an. Hier unten seht ihr dieses verlassene Schuppen. Verlassene Barrikade. Da ist die Tür offen. Was ist, wenn Michael Meyers durch diese Tür rein und raus geht? Ich habe keine Ahnung. Ihr seht es. Ihr könnt es selber sehen. Ich flieg mal ein bisschen näher. Hier ist ein Baumstumpf. Und hier. Hier ist die Tür. Durch diese Tür. Das ist der einzige Eingang, wo Leute rein und raus können. Ihr seht es. Links von mir. Rechts. Keiner wohnt hier. Dieses Haus ist ganz, ganz alleine und verlassen auf diesen Feld, Freunde. Alter. Es ist krass. Ich habe ein bisschen Angst. Was ist, wenn Michael Meyers sich... Ich weiß nicht. Ihr müsst es in die Kommentare schreiben. Schreibt jetzt Halloween. H-A-L-L-E-W-E-E-R-N. In die Kommentare. Krass. Guckt euch das an. Ihr seht, das Gelände ist abgezäunt. Da ist ein roter Zaun. Alter. Oh, die Fenster sind verbarrikadiert. Alles ist zu. Hier kann keiner rein oder raus. Aber ihr wisst, angeblich befindet sich Michael Meyers in diesem Haus. In diesem Haus ist Michael Meyers geboren. In diesem Haus verbringt Michael Meyers seine Halloween. Und ihr wisst, Halloween ist am 31. Schade, dass Flexi jetzt gerade auf dem Weg ist. Lasst mal fetten Like da. Weil Flexi ist jetzt auf dem Weg. Zu dem Haus. Und, Alter. Leute. Scheiße. Ich hätte Flexi nicht gehen lassen. Ihr habt es euch gewünscht. Ihr wolltet, dass Flexi jetzt alleine zu dem Haus geht. Flexi hat gesagt, ich soll Flexi mit der Drohne überwachen. Ey, aber Leute. Wenn Flexi jetzt da hingeht und da ist keiner. Dann... Scheiße. Ah, nein. Hör auf, Freunde. Hör auf, hör auf, hör auf. Wenn Flexi jetzt da hingeht und niemand ist da. Und... Oh, ich kann es mir gar nicht ausdecken, Leute. Lasst einen fetten Like für Flexi da. Flexi, Mann. Ihr wisst, Flexi ist einfach losgelaufen. Schaut euch das Haus an. Das ist das einzigste Haus in der ganzen Straße. In der ganzen Umgebung. Und keiner ist hier. Niemand. Oh mein Gott. Was? Ich... Oh mein Gott. Freunde. Freunde, habt ihr es gesehen? Da war doch gerade jemand in diesem Haus. In diesem Schacht, in diesem Kamin. Ihr habt es gesehen. Spur zurück. Spur zurück, wer es nicht gesehen hat. Ah! Oh mein Gott. Da ist irgendjemand. Irgendjemand ist in diesem Haus. Ich weiß nicht. Ist es Michael Myers? Wer ist in diesem Haus? Könnt ihr mir verraten, wer in diesem Haus ist? Es muss Michael Myers... Warte. Leute. Leute, Leute, Leute. Seid euch da gut. Ich verrate nicht zu viel. Alter, ich muss näher fliegen. Es kann doch nur Michael Myers gewesen sein. Oh, ihr habt es doch gesehen. In diesem Haus hat sich jemand bewegt. Und in diesem Haus ist Michael Myers aufgewachsen. Und wenn Michael Myers in diesem Haus aufwächst, dann muss Michael Myers jetzt hier drin sein. Auch wenn es 33.10. Der Halloween ist. Warte. Irgendjemand ist nicht in dem Haus. Irgendjemand. Oh mein Gott. Bitte, Leute. Entschalten dich nicht ab. Bleib. Ich bin ganz alleine. Flexis da draus. Wenn der Flexi da rausgeht und er erwischt wird, dann ist es vorbei. Bitte lasst jetzt einen fetten Like da. Schreibt Halloween in die Kommentare. Hi Halloween. In die Kommentare. Mann. Oh mein Gott. Mann. Warum ist Flexi da alleine? Ich kann es mir nicht vorstellen. Mann. Freunde. Ich habe hier noch die Drohne mit euch zusammen. Und wenn ihr nicht da seid. Und Flexi ist da. Sollen wir da reinfliegen? Wollt ihr, dass wir in dieses Haus fliegen? Mann. Da vorne ist die Tür. Wisst ihr was? Dank euch. Mit euch fliege ich in dieses Haus rein. Hoffentlich ist Flexi auf dem Weg. Und ist auch gleich da. Damit Flexi die Drohne retten kann. Ihr wisst. Alter. Ich fliege da einfach rein. Ich hoffe, ich crash die Drohne nicht. Freunde. Ihr seht es. Oh mein Gott. Die Tür ist so eng. Oh mein Gott. Wie sieht es da drin aus? Alter. Wie in einem Müllhalde. Ihr seht es. Oh mein Gott. Da ist ein Stuhl. Alter. Wie krank sieht es in diesem Haus von Michael Mayhaus. Er ist da drin aufgewachsen. Er ist da drin groß geworden. Und jetzt ist er 50 Jahre alt. Alter. Und er wohnt da immer noch in diesem verflassenen, vergruselten Haus. Was geht da? Ahhhh. Ahhhh. Leute. Ahhhh. Hatte es gesehen? Alter. Hatte es gesehen? Alter. Da. 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 Da war doch kein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo ist es Flexi? Wo ist es Flexi? Wo ist es Flexi? Da. Da war doch kein Michael Mayer. Jetzt. Jetzt. Warte. Warte. Ich hab die Bildlichtung hochgestellt. Alter. Soll ich weiter fliegen? Vorne hat es gesehen. Da vorne war kein Michael Mayer. Ich flieg einfach weiter für euch. Ihr lasst ein Like da. Ihr lasst ein Like da. Ich flieg weiter. Oh mein Gott. Das ist die Küche. Das ist die Küche von Michael Mayer. Oh. Wie ekelhaft ist es hier drin aus. Alter. Alter. Seit 20 Jahren hatte ich keiner mehr. Oh. Ich glaub. Alter. Ich glaub Michael Mayer ist die Treppe hochgegangen. Ihr seht es. Da ist so viel Licht in der Treppe. Alter. Hier stinkt es so nach verfluchten Gruselhorror. Wohin soll ich fliegen? Wisst ihr was Freunde? Mit euch flieg ich jetzt einfach in diesen dunklen Raum hier rein. Alter. Das einzige was man noch erkennen kann ist dieses Licht da vorne. Durch diese verbarrikadierten Fenster. Alter. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Ich seh es nicht. Ihr habt die Rotierung verloren. Hahaha. Ey. Freunde man. Ich bin mit euch im Michael Mayer Haus. Bitte lasst einen fetten Like da man. Nur mit euch bin ich im Michael Mayer Haus. Hier sind wir eigentlich noch. Okay. Hier ist noch Licht. Hier kommt noch Tageslicht. Ihr seht es man. Hier ist kein Tageslicht mehr. Hier sind nur noch ein paar regentierte Fenster. Alter. Ich seh nichts mehr. Freunde wenn ihr Michael Mayer seht, lasst uns auf jeden Fall einen fetten Like da. Ich seh nichts mehr. Es ist alles dunkel. Nur noch dieses Fenster. Alles was ich sehen kann. Es sind die verbarrikadierten Fenster man. Nichts ist mehr hier zu sehen. Gar nichts mehr. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich Freunde? Oh mein Gott. Da ist die Treppe. Sollen wir mit der Treppe hoch? Sollen wir hoch zu der Treppe fliegen? Ihr wisst ich habe die Drohne. Ich wisst ich crash die Drohne dauert. Sollen wir wieder hoch fliegen? Hahaha. Hahaha. I seht es. Das ist Michael Mayer. I seht es. I seht es. I seht es. Das sieht immer so aus wie Eili Zock. Er ist weg. Er ist weg. Freunde. Ist Michael Mayer rechts gegangen? Ich seh niemand. Ich seh niemand. Ich seh niemand. Michael Mayer ist nicht rechts gegangen. Oder? Soll ich links fliegen? Links die Treppe hoch? Oh Gott. Ich flieg rechts. Ich flieg rechts. Aber da ist keiner. Es ist alles schwarz. Ich seh niemand. Ich flieg zurück. Ich muss zurück Freunde. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Warum ist Flexi überhaupt gehauen? Flexi. Warum bist du gegangen? Warum bist du abgehauen Flexi? Warum bist du nicht bei mir? Wir fliegen heute mit zusammen die Drohne. Alter. Wir fliegen einfach hoch. Ist mir egal. Freunde ihr seid bei mir. Bitte lasst einen fetten Like da. Schreibt Halloween in die Kommentare. Das war mir doch hochfliegen. Ihr seht es. Von oben wollen Treppen kommen Licht. Ich würde sagen wir fliegen einfach hoch. Okay Freunde. Lasst einen fetten Like denn wir fliegen jetzt. Ah! 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 Oh mein Gott. Das ging gern ab. Ah! 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 Das ist Michael Meyers Freunde. Ihr habt es gesehen. Da. Das ist Michael Meyers. Hä? Wo ist denn? Wo ist denn? Ihr habt es gesehen. Der war doch gerade Michael Meyers. Hä? Was geht jetzt ab? Was geht jetzt ab? Ihr habt es gesehen. Ich flieg mit der Drohne hoch in den Stockwerk. Und da ist Michael Meyers. Er ist weg. Er ist weg. Einmal weg. Wo ist denn? Alter. Alter. Was war das? Ich hab... Ich hab... Ich hab nicht zu Angst. Ich hab nicht zu Angst. Ich kann doch nicht weiter fliegen, Mann. Da unten überhaupt sind wir gerade hochgekommen. Wir sind jetzt beim letzten Stock. Im letzten Stock. Ach. Entschuldigung. Das ist der letzte Stockwerk. Da unten. Von da unten sind wir gekommen. Und... Hier liegt überall Trimmer. Schutt. Und Asche rum. Aber... Wo ist Michael Meyers denn? Ihr habt es doch gesehen. Michael Meyers kann es doch nicht verstecken. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass Michael Meyers jetzt hier in diesem Stockwerk ist. Und ich hab es doch gesehen. Hier war keiner. Ich glaub. Der ist da vorne in der Tür. Wir fliegen da hin. Wir fliegen an. Wir sind mit Plastik vorbei. Alter. Freunde. Für diese fetten Daumen. Flexi. Wo bist du? Flexi? 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 Flexi! Flexi! Nein! 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 Nein!